Musik 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 Oder so ähnlich würde ich jetzt sagen. Musik Und darin anschließend Ey, et es sen? Wat? Ja, wo hat es sen? Ja, klar. Karol, ist die Verbindung gestört oder? Ich helbe. Ey, könnte man darauf antworten. Hoffe ich doch zumindest, dass es euch gut geht, oder? Ja. Ja, ja. Hoffe ich. Ich zweifle gerade noch. Ich zweifle gerade noch. Danke der Frage. Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem wahrscheinlich Geschichtspodcast oder wahnsinnigen Podcast. Das wird sich noch zeigen. An meiner Seite jetzt schon leicht verdutzt Olli in Köln. Moin, moin. Und Karol in Dresden. Ja, hello. Hallo. Für heute habe ich was Kleines mitgebracht, aber davor würde ich noch ganz gerne kurz mal rekurrieren auf die letzte Folge. Da habe ich etwas mitgebracht und da wir in dem Sinne alle Rezipienten waren, einfach nur kurz angedeutet, ich war bei meiner Oma und habe sie gefragt wie denn der Krieg war. Damit natürlich der zweite Weltkrieg. Lohnt sich definitiv da rein zu hören, würde ich sagen, oder? Ja, ich sehe das ganz genau so. Vor allem auch im Hinblick darauf, das ist mir so aufgefallen. Beispielsweise morgen ist ja so ein Tag hier in Dresden, 13. Februar und so und das Bombardement durch die Alliierten. Da ist das ja, also das ist ja quasi, passt ja ganz genau irgendwie in den Zeitraum sozusagen. Also. Ja, und in Sachen Thüringen und so. Oh ja. Ja. Genau. Da sagt mir einer, Geschichte ist eigentlich Zeit aktuell. Aber ich würde behaupten, die heutige Episode ist dann doch etwas schwierig auf die aktuelle Zeit zu beziehen. Aber, ich würde sagen, eine kleine Erkenntnis oder eine Erkenntnis werden wir schon bekommen, warum etwas ist, wie es ist. Wie es heutzutage ist. Ja. Ihr habt wahrscheinlich noch gar keine Ahnung, über welchen Raum es überhaupt gehen wird oder so von meinem kleinen Intro. Habt ihr ja die Sprache nicht verstanden. Nee. Du, Olli, hast du da irgendwie was heraushören können? Nein, nicht wirklich. Das war mein Versuch von Thui. Wie. Oder, ja, zwei, je nachdem. Wie, zwei Sprachen. Habt ihr wahrscheinlich immer noch keine Ahnung, das ist aber auch egal. Nee, ja, genau. Und bezeichnend für heute wird auch sein, dass ganz viel Unbekanntes, ganz viel Heißes, ja, wir könnten das, wir wissen das nicht so genau und sowieso, es gibt eine Quellenarmut und ja, wir sind also in einer relativ dunklen Zeit. Äh, die aber eigentlich sehr interessant ist. Hm, das ist mir alles, kannst du jetzt mal hier tacheln das bitte? Das ist mir hier alles zu... Ja, kann ich. Wir gehen ins 10. Jahrhundert und lesen bei dem arabischen Historiker Ibn Hauqar etwas. Aha. Der Fürst von Audogost unterhält Beziehungen zum König von Ghana. Der König von Ghana ist der Reichste auf Erden wegen seines Reichtums und ist vorrats an lauterem Gold, das seit ältester Zeit den Boden entnommen wird zum Nutzen der vorangegangenen Fürsten und des Gegenwärtigen. Wir haben jetzt also augenscheinlich einen arabischen beziehungsweise islamischen Chronisten aus dem 10. Jahrhundert, der über einen Fürsten und einen König berichtet. Den Fürsten können wir jetzt nicht so gut einordnen oder habt ihr eine Idee, wo Audogost liegt? Nein. Nein. Ich eigentlich auch nicht, davor. Wenn man es googelt, dann findet man relativ schnell raus, dass das in der Sahara liegt. Ah, langsam. Okay, ja, in der Sahara weiter. Ich habe da so eine Ahnung, aber wachen wir weiter. Ja gut, das nächste Königreich, was benannt worden ist, damit könntet ihr was anfangen. Ghana. Okay, gut. Vom Namen her. Ja, nee, ja, also sicher, klar. Aber damit ist nicht der moderne Stadt Ghana gemeint, aber ein Staat, auf den sich der moderne Stadt Ghana bezieht. Und damit sind wir jetzt wo unterwegs ungefähr, so räumlich, so ganz grob? Äh, ja, irgendwo da im arabischen Raum. Afrika, ganz grob. Ja, Afrika, ja. gehen wir mal vielleicht noch nach Westafrika und dann sind wir, denke ich, ganz gut verortet aber wieso zitiere ich jetzt einen arabischen Chronisten, der über Ghana schreibt wegen dem Gold, hast du doch gesagt ja, aber wieso zitiere ich keinen afrikanischen Chronisten, der über Ghana schreibt einen nordafrikanischen Chronisten oder irgendwie jemand, der näher dran ist, ein Touareg oder sowas genau, das war meine Überlegung ich hatte gedacht, hat es vielleicht was mit dem Touareg zu tun ne, ja gut da würde ich gerne nachgehen und dann noch eine kleine Reihe begründen was für eine Reihe das ist, fragt euch jetzt bestimmt aber ich denke, das wird dann nach der heutigen Folge klar sein wenn wir uns jetzt nochmal Ghana zu was übrigens häufig in Abgrenzungen nur G-A-N-A geschrieben wird eben nicht mit G-H wie das moderne Ghana und es liegt auch nicht am Atlantik wie das moderne Ghana unser Königreich um dieses zu zu finden begeben wir uns aber erstmal nach Spanien aber ins islamische Spanien des 9. Jahrhunderts dort berichten dann nämlich Schriftsteller bzw. Chronisten über ein sagenhaftes Königreich mit dem Namen Goldland, das auch Ghana genannt wird lokalisiert wird es südlich des Atlasgebirges und südlich der Sahara aber wo genau dort? da gibt es einen Geografen-Chronisten sowas also der viele geografische Werke schrieb Al-Bakri und er berichtet im 11. Jahrhundert folgendes Ghana ist der Titel, den die Könige dieses Landes tragen das Land heißt Aukar Aukar kommt aus der Berbersprache und bedeutet hügelig weist also schon auf den Raum zwischen Wüste und Savanne hin also da irgendwie so diese hügelische Savanne-Landschaft Ausgang von der Wüste die Forschung schließt daraus und natürlich auch aus anderen Quellen dass früher Berber-Nomaden die Sahara überquert hatten und im heutigen Nordmali ein Königreich gegründet haben weil Aukar kommt ja aus der Berbersprache und mit der Zeit vermichten sich dann die Berber mit der einheimischen Bevölkerung und nach der Überlieferung des 17. Jahrhunderts also einige Jahrhunderte später haben diese ersten Dynastie dieser Berber-Dynastie 44 Könige angehört um etwa 770 aufgrund der zeitlichen Distanz der späteren Quellen ist das Datum natürlich hier alles andere als sicher übernahm eine neue Dynastie die Herrschaft dabei handelt es sich wohl darauf schließt man aufgrund des Namens um eine mindestens sehr stark assimilierte Familie und keine Berber mehr die Familie die diese neue Dynastie stellte hießen Sonike und sollten die nächsten Jahrhunderte über die Savannen Westafrikas beherrschen in der Sprache dieser Sonike die es heute übrigens immer noch gibt als Volksgruppe heißt Ghana einfach nur Kriegsführer und war der Titel der Könige in den arabischen Berichten wird dann der Begriff Ghana verwendet um das Königreich zu bezeichnen aber lauschen wir jetzt erstmal weiter den Bericht von Al-Bakri der gegenwärtige König heute ist das Jahr 460 nach der Hetschla also das Jahr 1078 anno Domini heißt Tunkar Menin er bestieg den Thron im Jahre 455 nach der Hetschla sein Vorgänger namens Basi begann im Alter von 85 Jahren zu regieren sein Benehmen war lobenswert er liebte die Gerechtigkeit und war den Muslimen günstig gesinnt er war der Onkel mütterlicherseits des Tunkar Menin denn ihr Brauch und ihre Gesetze verlangen dass der nachfolgende Herrscher nur der Neffe des Königs in der mütterlichen Linie sein kann weil nie ein Zweifel darüber besteht dass man dass man der Neffe seines Onkels mütterlicherseits ist während man nie sicher ist ob man der Sohn seines Vaters ist also sehr interessant finde ich und auch amüsant diese Thronfolge die mir so bisher eigentlich noch nicht über den Weg gelaufen ist die Linie der Mutter ist aber in vielen schwarz-afrikanischen Kulturen ja sehr gängig und daher in der Region ist nichts Besonderes Al-Bakri fährt dann fort mit der Beschreibung der Hauptstadt von Ghana oder besser gesagt in beiden Städten denn auf der einen Seite gibt es eine Stadt der Muslime und auf der anderen eine Stadt mit dem Namen Al-Gaba in Al-Gaba residieren die Könige es gibt Häuser aus Stein und Akazienholz einen Gerichtshof und eine Mauer die Stadt wird umgeben von einem heiligen Hain in dem die Bevölkerung religiösen Handlungen nachgeht und in diesem Hain gibt es auch ein Gefängnis aus dem die Leute so Al-Bakri nie zurückkehren sollen aber im Laufe der Geschichte sollen die ghanaiischen Könige auch immer wieder ihre Hauptstadt verlegt haben und auch die Königsmutter hatte eine eigene Residenzstadt warum kommen wir später noch zu nach der Beschreibung dieser Stadt folgt dann eine von einer Audienz beim König von Ghana und hier bekommt man einen Eindruck von dem was den anderen Namen Ghanas prägte Ghana wird ja nämlich auch goldreich genannt jetzt wird es interessant es beginnt mit der Beschreibung von zehn Pferden die Golddecken tragen diese standen um den Thronsaal herum der König selber trug eine goldbestickte bestickte Mütze und hinter ihm tragen seine Pagen in gold gefasste Schwerter und Schilde die Söhne des Fürsten tragen Goldfäden in ihren Haaren und die Wachhunde am Eingang des Saales tragen goldene Halsbänder schon hier lässt sich also der Schier ein unermessliches Reichtum des Landes erahnen ihr fragt euch doch aber jetzt bestimmt welche Religionen die Ghana angehörten, oder? ich habe da jetzt so Widersprüchliches berichtet, oder? ja, ich fühle mich gerade so also das letzte Zitat, was du da wiedergegeben hast ich habe mich an die Maya, hast du erinnert, gefühlt vielleicht auch in Verbindung mit dem Gold das kann auch sein, dass das irgendwie so schon, ich glaube, ich glaube, das wird jetzt nichts es wird keine monotheistische Religion sein der die irgendwie frönen glaube ich nicht, weiß nicht, würde ich nicht tippen ja, also von der Stadt extra für die Muslime habe ich euch ja schon berichtet also Muslime gab es wohl verdammt, ja, die sicher, aber ist das sicher ist das jetzt die das ist nicht der Hauptteil der Bevölkerung der König hat, auch noch nicht, noch nicht der größere Teil der Bevölkerung betete zu Fetischen waren also Fetischisten und glaubten, dass die Götter in gewissen Gegenständen lebten was heute immer noch sehr verbreitet ist in Afrika in Klammern, in Afrika okay, weiter ja also in Schwarzafrika, südlich der Sahara das klang nur lustig das klang so was heute auch noch weit verbreitet ist in Afrika ja, okay wir erfahren auch von einem speziellen Begräbnis der Könige diese sollen mit persönlichen Sachen also Waffen, Geschirr, Schmuck und Essen und Trinken auf ein Bett gelegt werden dann wurden noch Diener zur in Anführungszeichen Bewirtung des Totenkönigs abgestellt danach wurde das Grab zugemauert und zugeschüttet ja, mit den Menschen drin so entstand dann ein spezieller Grabhügel den man eigentlich in der ganzen Sahelregion findet und auch und da wird es interessant in Nubien in Kush es könnte sein dass da der Einfluss über die alte das alte Reich von Kush und Meroe da reinkam aber wenden wir uns jetzt wieder dem Gold zu ja bitte und ihr fragt ihr fragt euch doch bestimmt woher das ganze Gold kommt, oder? ja, unbedingt also an den Quellen des Niger und des Senegals gab es damals sehr große Goldvorkommen die dann über Ghana das liegt ja dann schon an der Savannengrenze in die Sahara gebracht wurden von dort aus dann nördlich der Sahara nach in den Maghreb wo es dann zu Münzen verarbeitet wurde also die Münzen sind dann erst in Nordafrika entstanden und dabei profitierten die Ghana vor allem aufgrund ihrer Lage am Rand der Sahara damit am Endpunkt der Wüstenkarawanen den großen Reichtum erlanden sie daher nicht indem sie das Gold selber förderten sondern indem sie es als Wegzoll einbehielten in der arabischen Welt kam es kam teilweise so viel Gold aus Afrika dass die Region um Ghana und leicht südlich als Bilet al-Tepr bezeichnet wurden was Goldland heißt zu Münzen wurde dieses Gold wie gesagt erst in Marokko verarbeitet oder sogar noch später also es gibt keine Münzen die direkt in Westafrika geprägt wurden bei Al-Bakri erfahren wir noch von einer besonderen Regelung die dazu führen soll dass es nicht zu einem relativ modern wirkenden Problem kommt nämlich der Inflation es scheint so viel Gold gegeben zu haben dass der König bestimmte dass alle Goldklumpen ihm gehörten die einfachen Bevölkerung die durfte nur Goldstaub behalten oh das ist ja traurig die verschiedenen arabischen Quellen überbieten sich dann in der Größe der Nuggets der ghanaiischen Könige Al-Bakri berichtet noch von 450 Gramm Al-Itrissi berichtet dann schon von 15 Kilo schweren Nuggets Imachal Dun setzt dem Ganzen dann die Krone auf und berichtet von einem Goldnugget das fast eine Tonne gewogen haben soll natürlich also es muss auf jeden Fall viel Gold gegeben haben es gibt auch einen Bericht dass der König stets ein Pferd also sein Pferd an einen Goldstein festgemacht haben soll als Flock achso ich dachte während das Reiten das arme Pferd ich dachte schon okay ja nein um das hier auch nur ganz kurz anzuteasern und wer zum Beispiel Civilization spielt der wird das auch vielleicht was sagen es gibt dann einen späteren König von Mali der bei seiner Reise nach Mekka und Medina auch durch Ägypten kam die dortige Wirtschaft über Jahre hin ruiniert hat durch seine Goldzufuhr der wahrscheinlich inflationsbereinigt reichste Mann der Geschichte Mann sein Musa aber ja egal das ist dann guter Hinweis für alle Gamer ja viel mehr erfahren wir dann aber auch nicht über das Gold im Königreich Ghana über den Islam hingegen schon denn dieser schien dort langsam Fuß gefasst zu haben und der ist ja auch immer noch vorhanden also Mali ist zum größten Teil muslimisch momentan auch noch Burkina Faso Faso nein war nie große Missionierungen oder andere Maßnahmen zu Religionsverbreitungen weshalb auch heute noch die Naturreligionen weit verbreitet sind in Westafrika wie du schon sagtest ja ich habe bisher nicht wirklich umreißen können wo genau das Königreich Ghana lag immer nur da so ungefähr irgendwo da an der Sahelgrenze ja na Sudan so in der Drehe ne Mali Mali ah warte mal ich muss mal warte mal ich muss mal hier eine Karte aufmachen eine Karte aufmachen ja Mali also quasi unterhalb von Maghreb auf der anderen Sahara Seite im Sudan war also nicht am Nil sondern am Niger und Senegal so ah ja mhm 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 okay also neben dieser schlechten Quellenlage gibt es dafür noch einen anderen Grund warum man nicht genau verorten kann wo dieses Königreich lag und das ist die Einstellung der Afrikaner gegenüber Herrschaft das finde ich eigentlich sehr interessant und auch noch auf die heutige Zeit übertragen in den trockenen oder halbtrocknen Zonen Afrika ist man ja meistens zwei Klimaextremen ausgesetzt Regen oder Trockenheit ja und die Böden sind ja größtenteils leider ziemlich unfruchtbar das ist diese rote Erde die tief die sehr tief erodiert worden ist sehr ausgewaschen also fast nur noch Eisen drin das heißt man muss nach drei oder spätestens vier Ernten weiterziehen und ein neues Stück Land suchen und so kam eigentlich nie jemand auf die Idee Boden als Besitz zu deklarieren weil in ein paar Jahren muss man eh weg da wertlos war und das einzige was wertvoll war war Arbeitskraft von Menschen da ist das Verständnis der Sahel Kulturen von Besitz nicht Land sondern Arbeitskraft an Menschen also herrscht ein König von Ghana nicht über die Regionen von X bis Y sondern über eine Anzahl von Menschen und ein neuer Krieg ist auch nicht das Ziel dann die territoriale Ausbreitung weil das Land ist ja eh irgendwie schon jedem wer will sondern es ist die Eroberung von neuen Arbeitskräften oder halt auch Bezeichnung Sklaven weshalb dann die Europäer auch sich so super da einklinken können weil die afrikanische Kultur kennt Sklaverei schon von jeher um dann wieder einen früheren Punkt anzugreifen eine Hauptstadt gab es eigentlich nicht dieses Reiches eine Residenz klar aber die war halt dort wo der König war und wo sie sich versorgen konnte Teilweise existierte sie länger durch die Lage an Handelswegen oder mal kürzer je nachdem aber auch die Hauptstadt zog umher auf der Suche nach neuem Furchtbaumboden Applauside weshalb dann auch die ganzen Häuser aus leichtem Materialgel gebaut worden sind weil Steinbauen lohnte sich nicht wirklich einzig die Enden der Karawanenstraßen die waren mit Stein gebaut oder Lehm das halt wir heute auch eigentlich ganz selten nur noch Überreste dieser alten Städte finden es gibt einen Fund in der Grenze zu Mauretanien was eine Hauptstadt gewesen sein könnte aber ganz schnell viel hätte wäre wenn ich muss mal jetzt ganz kurz nachhaken weil das lässt mir die ganze Zeit irgendwie keine Ruhe das Thema hast du doch nicht umsonst gewählt du hast es gewählt weil du warst du da nicht mal also nicht im Reich Ghana aber in der Region sagen wir mal so das Thema ist auch ein Zuhörerwunsch oh ah okay das zum einen und zum anderen warst du trotzdem dort oder also nicht dort wo wir jetzt sprechen also ich war im modernen Ghana genau das ist natürlich noch ein Stück weg genau also die Sahelzone kenne ich nicht persönlich aber bist du denn damit dort vor Ort in irgendeiner Art und Weise in Berührung geraten also vielleicht irgendwie über was weiß ich erzählen oder ähnliches oder ne also was was ich mitbekommen habe war ein anderes Königreich das der Ashanti aber diese Strukturen kann ich auch dort mitbekommen also dort gibt es nicht so also ein Bauer geht halt irgendwo hin pflanzt seine Sachen an und wenn es nicht mehr geht dann zieht er zu einem anderen Feld ja logisch in Deutschland unvorstellbar da baust du keinen Zaun was der Zaun drum Mainz ja ja dort irgendwie ja trotz der Grenzen ist es da immer noch so also es hat sich natürlich anders entwickelt mittlerweile durch die europäischen Einfluss aber ähm sagen wir mal innerhalb oder ich war halt in einem kleinen Stadt dort mit dem Namen Nkoko und da hat ich war zweimal dort und als ich beim ersten Mal da war war dort das Feld und beim zweiten Mal war da kein Feld mehr und da war woanders war dann was plötzlich ein Feld und es kam mir jetzt nicht so vor als wäre das abgesprochen wer was jetzt hat verstehe okay interessant also ja die Gegend ist mir nicht fremd ist mir nicht fremd und ist aber eigentlich entstanden aufgrund eines Zuhörerwunsches mal etwas über Afrika zu machen dann danke an den Zuhörer oder die Zuhörerin gut äh ja dann waren wir bei den Hauptstädten äh was da noch ein weiteres Problem ist auch durch diese Idee der Herrschaft dass man halt auch mal ein ein Königreich oder eine Stadt oder sowas unterworfen hat und die Menschen mitgenommen hat es konnte sich nicht so wie in Europa Ethien oder Völker herausentwickeln was man heute auch immer noch in Afrika vorbefindet da kann ich jetzt auf meine Erfahrungen zurückgreifen wenn man von einem Dorf zum anderen Dorf geht verstehen die Leute sich plötzlich nicht mehr weil der ethnische Flickenteppich also das ist es die haben so ungefähr manchmal die selbe Sprachgruppe das heißt sie verstehen sich schon irgendwie aber ganz viele dieser modernen Staaten funktionieren nur über eine übergestülpte europäische Sprache sei es Französisch oder Englisch weil da so viel auch in Bewegung ist eben auch durch die durch dieses Boden Problem dann zucken wir halt mal weiter irgendwo hin und dann zucken wir wieder zurück und da wieder hin und es gab immer eher diesen Stamm als das Volk und diese Verwandtschafts Geflechte da muss man sich halt lösen von dem europäischen Bild ja obwohl ich jetzt an das Deutschland im Mittelalter irgendwie denken muss waren ja auch mehr nur ein Flickenteppich der König reist durch die Gegend und da ist dann halt der Hauptsitz ja aber sagen wir mal so in Deutschland gab es schon einen gewissen Raum von dort bis dort wo die Leute Deutsch sprachen von dort bis dort wo das der König regiert hat ja also das Westfranken Reich das Ostfranken Reich also das war schon ein großer Raum also von Ost und Nordsee bis zu den Alpen oder so das ist ein riesen Raum im Vergleich zu dem was in Afrika passiert ist der hat vielleicht mal direkt der König hatte Ghana gesessen also in einer Stadt hatte nur noch zwei drei Dörfer drumherum und ist aber weitergezogen hat aber eigentlich schon über einen großen Raum herrschen können aber nicht über das Land sondern über die Menschen die da drin wohnten und so können die also wir finden irgendwann später plötzlich Ghana war viel weiter im Süden 100 Jahre später das kann ja in Deutschland nicht passieren so stell dir vor im Hochmittelalter ist Deutschland bei Köln und im Spätmittelalter sind wir plötzlich in Italien schönes Beispiel das kann halt also da man muss einfach dass sich dessen bewusst sein dass das alles ein bisschen anders ist ja genau auf das Beispiel mit den Ashanti bin ich schon eingegangen also das war ein Königreich im heutigen Ghana die Volksgruppe der Ashantis gibt es dort auch noch was nicht heißt dass im nächsten Dorf das den Ashantis irgendwie untertänisch war die Leute die Sprache sprachen und dann geht man wieder weiter und dann sprechen die Sprache der Ashanti und dann geht man wieder weiter dann ist was ganz anderes weshalb die modernen Grenzen auch nicht funktionieren aber nun gut das ist eine ganz andere Sache im Umfeld von Ghana gibt es noch eine kleine Anzahl weiterer kleiner königreiche Fürstentümer das lässt sich natürlich schwer benennen weil auch die europäische Nomenklatur gar nicht bekannt war im Westen gab es den Ort Aulil der über eine reiche Saline verfügte und von dort aus große Teile Westafrikas und des Magrabs mit Salz versorgte also aufgrund der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit schwitzt man ja extrem viel in Westafrika das ist als Europäer echt ungewohnt man verliert sehr viel Salz dadurch und Aulil war es eben der sehr viele Menschen mit Salz versorgte im 10. oder 11. Jahrhundert wurde dann im Norden Ghanes eine neue große Saline gefunden die dann Aulil bald auch den Rang ablaufen sollte aber da kam die Salzversorgung her zwischen Aulil und Ghana im Süden lag dann an den Ufern des Senegals ein Reich mit dem Namen Sanghana das wir leider noch weitaus weniger wissen als über Ghana nahe Sanghana lag dann Tekru und auf den Quellen nahmen die Herrscher von Tekru als erstes in Westafrika den Islam an also als Königshaus weshalb die arabischen Gelehrten dieses Königreich sehr hervorhebten teilweise wird dann sogar der Name Bilad Tekru verwendet um Westafrika zu bezeichnen und Pilger nach Mekka aus Westafrika werden auch als Tekru bezeichnet ebenfalls am Senegal gibt es noch die mächtige Stadt Zilla die Ghana zumindest widerstehen konnte also nicht in Abhängigkeit geriet die Menschen von Zilla haben sich laut Al-Bakri auf die Jagd von Flusspferden spezialisiert die damals Kabu genannt wurden und noch heute gibt es im lokalen Dialekt das Wort Gabu was Flusspferd heißt und auch in einem weiteren Königreich gibt es ein wichtiges Tier und dieses Mal ist es eine Schlange bei den Sakfawa nämlich bestimmt eine heilige Schlange die Thronfolge indem er diese berührt also die Schlange den Thronfolger die Aspiranten stellen sich auf und dann berührt die Schlange ein und dann ist der Thronfolger wie bei der katholischen Kirche und jetzt wird es interessant vielleicht habt ihr noch eine Idee ich habe keine weil Al-Bakri beschreibt das Tier wie also eine Schlange die aussieht wie ein Entrache und der Thronfolger wenn nachdem er berührt worden ist muss der Schlange hinterher und Haare aus der Mähne oder dem Schwanz ziehen was achso das Drachen ja ja aber mir ist keine Schlange bekannt die Haarad ja nicht also Flusspferde habe ich rausgefunden das ist nicht das Problem es wird dann beschrieben wie Elefanten die bisschen kleiner sind Hörner also die nur Zähne haben statt diese Hörner und kein Rüssel und so weiter das waren dann die Flusspferde aber ich habe auch nirgendwo in der Forschungsliteratur gefunden was denn diese Schlangen jetzt sein soll naja und wie viel Haare er halt dieser Schlange ausziehen konnte so lange sollte er herrschen ja das ist ja ein tolles Spiel gut und vielleicht war das dann auch relativ schnell mit der Herrschaft zu Ende je nachdem die Schlange drauf war genau dann gibt es noch die Phara Wajin und da berichtet Al-Bakri dass sie eine besondere Wurzel ihr eigen nennen sollten aber diese Wurzel sollte sich um ein starkes Aphrodisiakum gehandelt haben diese Wurzel durften aber nur ihre Könige verwenden als ein muslimischer Nachbarkönig dann mit einem großen Geschenk um einen kleinen Wurzelteil gebeten hat antwortete der König dass er ihm keine schenken dürfe da er als Moslem nicht genug Frauen habe und er es befürchte dass er durch die Wurzel in den Zustand versetzt würde der ihn dann darüber hinaus führte und dass er gegen seine Religion verstößen sollte ich habe jetzt mal schnell gegoogelt also diese Schlange mit den Haaren aber das hast du sicher auch schon gefunden es gibt tatsächlich so ein wie nennt man das denn so ein Objekt in der griechischen Mythologie die Glükonschlange zumindest ist es so es ist als Chimäre beschrieben die dann am Ende einen Löwenschwanz hat und so aber das war es dann auch schon es ist tatsächlich etwas das Problem ist nur dass die griechische Welt keinen Kontakt hatte eigentlich mit der afrikanischen ja ja ich weiß schon ich gebe ja nur wieder was ich gerade hier auf kugel finde und versuche da aber es gibt da keine ja gut machen wir weiter mit den wilden Afrikanern das hast du gesagt ja also der Mann also die Könige die wenn das so war soll ein ziemlich gutes Leben gehabt haben hatte so also sehr viele Frauen wohl okay ja gut das klingt mehr nach Stress als ein gutes Leben das hast du jetzt so gesagt meine Frau hört zum Glück den Podcast nicht ich habe vielleicht ein paar weitere Königreiche vorgestellt es gibt noch ein paar die nur mit Namen genannt werden aber ja da liegt sehr viel im Dunkeln es gab wohl viele kleine Städte die irgendwie Königreich Charakter hatten aber ja aber jetzt kommt dann noch etwas wo wir eine Verbindung schlagen können zu einer früheren Folge habt ihr schon eine Ahnung zu welcher ne naja irgendwas mit Islamisierung vermutlich ja das ist schon gar nicht so falsch naja hast ja gesagt dass der Islam quasi dahingetragen wurde und immer stärker wurde aber was oh man ey 65 Folgen wisst du wer soll sich das denn merken das weiß doch keiner die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das bestimmt ich bin da raus ja wir begeben uns in den Norden Ghanas in die Sahara dort lebten und leben immer noch die Tour weg haben wir über dich schon mal eine Folge gemacht echt jetzt okay da muss ich ja nochmal nachhören welche war das okay diese übernahmen im 10. Jahrhundert größtenteils den Islam und wurden gleichzeitig aber auch von Ghana bedrängt und ein Berberführer mit dem Namen Jahajah Ibn Ibrahim machte sich dann im Jahre 1035 auf dem Weg nach Mekka auf dem Rückweg wandte er sich dann an mehrere Religionsgelehrten mit der Bitte ihn zu begleiten damit sie seinen Untertanen religiöse Unterweisungen bieten können in Marokko fand er schließlich Abdallah Abdallah Ibn Yassin der ihn dann zu den Turek begleitete als aber Jahajah starb musste Abdallah mit acht Gefährten fliehen wahrscheinlich Richtung Atlantikküste möglicherweise wir wissen heute so gut wie nichts über diese Zeit baute er auf einer Insel im Senegal eine militärische Niederlassung die er als Ribad bezeichnet oder die als Ribad bezeichnet wird von dort aus wollte er als Kriegermünsch den Dschihad gegen die Ungläubigen führen sie führten also die acht Gefährten führten ein sehr asketisches Leben dort und erhielten Zustrom von den Turek diese Krieger wurden als Murabitun bezeichnet was die Leute des Ribad bedeutet im Jahr 1042 zogen die Murabitun dann aus und besiegten nach und nach die meisten Turek Stämme in der Sahara und zwangen sie den Islam anzunehmen 1053 tauchten sie dann erstmals am Rand des Atlas Gebirges auf und eroberten Schild Massam habt ihr vielleicht jetzt eine Ahnung auf welche Folge ich anspiele ja das müsste ja dann wohl Folge 19 sein die bärbereiche Mittelalter zum Glück haben wir eine Episodenliste auf historia-universales.fm da kann man das dann relativ schnell sehen ja Mensch das ist aber auch schon so lange her mein Gott aber ich wollte nur darauf hinweisen wir schließen die Folgen so langsam aneinander an wir können immer häufiger sagen wie da schon und so weiter es zieht sich quasi wie eine behaarte Schlange durch die Folgen sozusagen und jetzt wird mir auch klar warum du da nicht darüber Bescheid weißt ja weil ich gar nicht dabei war so ist es stimmt nach dieser eroberung wandte sich abdallah dann aber erst mal wieder nach süden und eroberte autogast also diese handelsstadt versuchte weiter nach süden vorzudringen scheiterte aber alsbald starb auch abdallah und sein nachfolger abu bakr ibn omar wurde von seinem neffen yusuf ibn tashfin verdrängt yusuf eroberte marokko und gründete in marrakesch eine dynastie und um diese dynastie geht es eben in der folge der magreb im mittelalter das war die dynastie der almoraviden die almoraviden oder das wort ist eine lateinische ballhornte version von den almoravitun also den den leuten aus dem ribad aber mit ihrem zug nach marokko verschwinden diese größtenteils aus westafrika aber wenn jemand mehr dazu erfahren möchte kann er sich ja gerne die folge dann anhören sie spielten aber immer noch weiter eine rolle auch wenn sie größtenteils sich dann auf den magreb konzentrierten denn der verstoßene abubakle wandelte immer noch durch die wüste und konnte scheinbar die stadt ghana erobern er wandelte durch die wüste ich versuche mir das gerade bildhaft okay danach scheint wie gesagt quellenarmut und so weiter ghana in viele kleine herrschaften zerfallen zu sein übrigens im wahrsten sinn des wortes verstehe lustig hey come on Leute es ist Fasching kommt doch mal ein bisschen Quellenarmut versteht ihr okay sorry ich glaube der Kölner will dass das Karneval genannt wird ja und die Quellen verstummen auch erstmal für rund 100 Jahre denn erst dann schreibt wieder Al-Itrisi über Westafrika die Stadt ghana scheint noch zu existieren aber sie scheint viel von ihrer ehemaligen Größe eingebußt zu haben aber es gibt auch Neuaufbau und nach der Eroberung von Abu Bakr ist ja der Palast scheinbar neu datiert worden neu aufgebaut worden zumindest datiert Al-Itrisi diesen Palast auch die Zeit nach der Eroberung durch Abu Bakr und mittlerweile scheint auch der König von Ghana und der Großteil seiner Untertanen muslimisch geworden zu sein vielleicht ist es aber auch eine ganz neue Stadt denn scheinbar liegt die Residenz nun weiter südlicher als zur Zeit der Muradabitun denn Al-Itrisi schreibt dass die Stadt am Ufer des Senegals liegen würde 100 Jahre früher soll sie ja noch weit nördlicher gelegen haben doch nun erschien am Horizont schon das nächste mächtige Reich ein Reich das als das mächtigste Westafrikas das mächtigste westafrikanische Königreich in die Geschichte eingehen sollte aber mit der Geschichte des Königreichs Ghana sind wir damit erst mal am Ende angekommen also wird das dann gewissermaßen eine weitere eine Fortsetzung geben was geschieht nach dem Reich Ghana ja wie ich schon am Anfang angeteasert habe ich habe mir vorgenommen eine kleine Reihe zu machen über Westafrika die Geschichte Westafrikas du ganz im Ernst also wir sind jetzt am Ende also das war es jetzt oder okay ganz im Ernst ich habe einen es klingt jetzt ein bisschen banal aber ich habe übelst Bock diese diese Gegend diese Region das alles zu erkunden und zu durchforsten und zwar nicht nur im Internet und mit dem Finger auf dem Atlas sondern wirklich dort zu sein das hat mir total also danke das hat mir wirklich in mir so ein Reisefieber geweckt das klang sehr sehr spannend also es ist eine Reise wert definitiv aber es ist nicht ein Entspannungsurlaub na nee das ist klar ja das ist so viel also ich kann ein sehr schönes Hotel empfehlen wenn es das noch gibt an der Küste in Ghana aber es war schon ein krasser Kulturschock ja das ist ja natürlich klar ja verstehe ich also darauf sollte man natürlich vorbereitet sein dass es hier nicht um um Heitipai und irgendwie Dinge ins Urlaub geht sondern schon also nee es war wirklich so dieses kennst du das dieses Feeling so dieses ja ich hab das wirklich so von meinem inneren Auge quasi wie du das erzählt hast das klingt übelst spannend man wird nach der Reise auf jeden Fall viele Annehmlichkeiten des Westen schätzen Toiletten sind was schönes fließend Wasser ist was schönes Wasserfleisch ein bisschen was schönes da könnte man ja eigentlich naja haben wir ja eigentlich auch schon gemacht also so über diese ja das ist naja wir stehen ja nun gewissermaßen also das ist ja alles noch es ist ja alles sehr weit weg zeitlich und trotzdem es ist ja interessant zu sehen wie sich welche Regionen entwickelt haben also zum Beispiel du hast es ja schon während der Folge jetzt hier erwähnt warum sich wie was entwickelt ist ja schon aufgrund der klimatischen Bedingungen und der geografischen Bedingungen und so weiter das hängt ja davon alles ganz klar ab aber eben es ist also ich habe gerade übelst Laune darüber nachzudenken warum was wie ist verstehst du was ich damit zum Ausdruck bringen möchte also wie du es schon sagst also man weiß dann diese oder jene diesen oder jenen Komfort zu schätzen aber warum warum ist das so und warum ist das also schon total interessantes Thema auf jeden Fall also schon wirklich einfach diese diese ganz gegensätzlichen klimatischen geografischen kulturellen Bedingungen all das das ist ich finde das irre spannend das ist Wahnsinn also deswegen verstehe ich dass das ein Thema ist was dich zum Beispiel interessiert und weswegen du darüber gern sprichst aber das zeigt nochmal deutlich ja was für ein Glück wir mit unserem Bereich in Europa haben wo alles relativ stabil ist ich weiß das ist das ist zum Beispiel auch so eine Frage hast im Prinzip hast du recht Olli aber ist ich weiß nicht ob die unglücklich sind weißt du was ich meine oder ja also ich glaube diese schon allein die Tatsache dass man jetzt über den Begriff Glück oder über die Definition des Begriffs Glück aber der Bauer bei uns zum Beispiel hat ja in Anführungszeichen das Glück er kann an der gleichen Stelle einfach bleiben und immer wieder neu aber weshalb zum Beispiel das Verhältnis von Besitz dort ein ganz anderes ist beispielsweise genau ja stimmt ich meine mittlerweile durch den ganzen Konsum aus dem Westen ändert sich das gewiss das hat natürlich einen Einfluss ja klar aber an sich war den Menschen dort Besitz weit oder weniger wichtig als uns in Europa ja ja nichtsdestotrotz hat es dort eben auch zahlreiche Kriege gegeben ja man man bringt ja also so auch recht oberflächlich gedacht aber man bringt ja Kriege meist immer mit Besitz Besitzstandswahrung und ähnlichem in Verbindung der Besitz war halt ein anderer ja war dort in gewisser Weise ein anderer trotzdem könnte man jetzt oberflächlich betrachtet sagen ja eigentlich gab es ging es ja da weniger um territoriale Dinge sondern eher ne so also das ist schon alles ich finde das also wenn man wenn man also Leute Zuhörerinnen Zuhörer ihr da draußen die jetzt gerade zuhören wenn ihr irgendwie Zeit habt oder so in der Regel habt ihr das weil ihr hört das ja sonntags also da fängt zumindest der Zeitraum an an dem ihr das anhören könnt dann setzt euch hin und macht mal wirklich so einen übelsten Brainfuck also durchdenkt dass man alle Ruhe das ist ich finde das total krass sehr echt irre spannend und 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 danke dafür Elias weil einem das immer wieder ins Gedächtnis holt dass wir glaube ich man kann halt einfach mit diesen Denkmaßstäben wie wir sie uns heutzutage quasi naja weniger auferlegen sondern wie wir sie halt so gewohnt sind zu nutzen das funktioniert alles überhaupt nicht das funktioniert einfach nicht das kann man so nicht machen das ist das ist viel zu einfach die eigene Denkstruktur zu nehmen und irgendwo hin zu pflanzen und damit dann versuchen das irgendwie quasi übereinander zu bringen das ist schon total spannend ich habe mich sorry ich bin gerade ein bisschen es freut mich ja aber danke danke dafür weil das gibt mir wirklich echt gerade einen krassen Input oder Impuls ja aber ich würde sagen wir sind am Ende der Folge angekommen und würden nochmal ganz kurz einen Feedback Blog machen wo man uns erreichen kann nach langer Zeit habe ich festgestellt feststellen müssen dass leider mein Mail Account nicht ganz funktioniert hat das ist meine auf meinem Mist gewachsen aber wir haben den Mail Account ja zum Glück wieder hinbekommen repariert bekommen ja es sind ein paar Mails eine ganze Menge Mails eingetroffen ich wunderte mich an es will keiner mehr mit uns reden also Leute wir haben euch nicht vergessen tut uns leid wir haben es ein bisschen spät mitbekommen es sei damit mit mitunter bis zu einem Viertel oder ja fast einem halben Jahr Verspätung gesagt vielen Dank wir sind Historiker das ist für uns keine Zeit ja richtig stimmt eigentlich ist das überhaupt also du bist Historiker ja genau also ich möchte mal namentlich nennen also vielleicht nicht namentlich das wäre vielleicht zu viel aber danke für die Kommentare zum Beispiel zum Thema Habsburger da gab es einen schönen Kommentar in Sachen Habsburger Lippe dann haben wir auch ein Kommentar bekommen von einem Zuhörer namens Arthur der sich ein paar Themen noch gewünscht hat auf die wir gewiss eingehen werden in naher Zukunft beziehungsweise oh ich sehe gerade das ist ja oh wie peinlich das oder heute oder heute ja das hätten wir dann damit heute erfüllt oh pardon ich habe die Mail noch nicht gut ja Grüße Arthur Grüße und auch vielen Dank für das ausführliche Feedback zur Folge Todesopfer rechter Gewalt hast du ja noch die Zeit genommen dem auch genau da haben wir natürlich auch nochmal eine kurze Antwort abgeschossen und dann gab es auch noch von einem Zuhörer einen Kommentar zur Lautstärke der Folge das hast du ja aber sowieso schon angegangen mal gucken ja also gebt gerne mal Feedback ob sich das jetzt verbessert hat oder so ob euch das zu laut oder zu leise ist wie auch immer also summa summarum vielen Dank für das viele Feedback was wir leider erst später gesehen haben und wir sind jetzt aufnahmebereit wir können euch jederzeit antworten und werden das natürlich auch tun unter dem schon wie lang man sich wieder was verstellt und wir wieder nicht checken dass sich was verstellt nein wir kriegen das hin wir sind ja Profis wir sind einmal mit Profis aber ein aber ab jetzt sind wir wieder zu erreichen per Mail und die Mail ist podcast at historia minus universales .fm auch zu finden auf unserer Webseite die welche Adresse hat www historia minus universales .fm dort findet ihr sowieso alle wichtigen Kontaktinformationen wir sind aber auch vertreten auf Twitter zum Beispiel nein nicht zum Beispiel sondern ganz konkret ohne dem handle at geschichtspot und ihr findet uns natürlich auch auf YouTube ja da ist es historia universales der geschichtspodcast und wenn das alles nichts für euch ist könnt ihr natürlich auch gerne zu dem social network facebook gehen dort sind wir zu finden und dort sind wir zu finden dem handle geschichtspodcast oder unter unserem Namen historia universales dann gilt es jetzt noch auf wiedersehen auf wiederhören bye bye bis zum nächsten mal zu sagen wie macht man das denn jetzt auf da tui also die sprache der modernen Ghana ist tui größtenteils und in dem Sinne weil du gerade schon in die Reiselust kam würde ich sagen nante je also die gute Reise und dann jebe haya also bis bis bald und wone njama niko also auf wiedersehen gut dann jebe haya sagt noch irgendjemand was oder nicht hatten wir doch jetzt alle oder hast du jetzt tschüss gesagt hab ich nicht eben oh Gott hier zum reinschneiden tschüss ich hab dich nicht gehört also okay gut alles klar oh Gott kannst du normal das war jetzt mit lachen was denn na tschüss oder was auch immer tschö mit ö sehr gut ja bis Denver so saa 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 Musik